Wir sprechen heute über die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Wir sprechen heute über die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und die Zeit der Zeit, die dieser Wiederkunft unseres Herrn vorausgehen. Freut euch alle, wenn der Herr Jesus wiederkommt? Ja, das freut mich. Im neuen Himmel, der neuen Erde wird kein Schmerz, kein Leid, keine Krankheit, kein Tod mehr sein. Hier auf dieser Erde leben wir, um uns vorzubereiten auf die Ewigkeit. Der Herr kann sein Glaube prüfen, ob wir ihn von Herzen lieben, ob wir uns bekehren haben zu ihm, und ob wir ihm nachfolgen. Wir lesen aus Offenbarung ganz am Ende der Heiligen Schrift. Es ist ein Gebet. Es ist ein Gebet. Es ist ein Gebet, das Schrift wird. Auf Rom 22, Vers 20. Es sagt er diesbezeugen. Ja, ich komme her aus. Amen. Ja, Komm, Herr Jesus. Ich möchte zunächst mit uns die Frage betrachten, wie weit sind wir denn in der Endzeit bezüglich der Minderung der Jesu? Die Frage an euch, wann hat die Endzeit denn begonnen? Wenn Sie in der Zeitung beginnen können, wie geht es Ihnen? Ich denke, es ist ein Mensch, was wir in der Zeitung? Ich denke, es ist ein Mensch, was ich in der Zeitung? Warum in der Zeitung ist? Wie ist es in der Zeitung? Wunderschöne, das ist in der Zeitung. Und was ist falsch? Ich bin sehr dankbar, dass ich hier zwei Übersetzer dabei haben darf. Ich bin sehr dankbar, dass der Herr Jesus auf die Erde kam. Das heißt, in Galatia 4, Vers 4, als die Zeit erfüllt war, der Messias ist gekommen, und die Zeit der Gemeinde hat begonnen, die Zeit der Gnade, und ich gehe dann über die Zeit, bevor Jesus wiederkommt, wo dann der Antichrist am Ende auftritt. Ich denke, wir stehen direkt in dieser Zeit, bevor der Antichrist auftritt. Und wir sollten jeden Tag bereit sein, uns dem Herrn hinweg zu werden, und wir sollten jeden Tag bereit sein, dass wir dem Herrn treu bleiben, aber auch bereit sein, mit Verfolgung kommen, dass wir dem Herrn treu bleiben. Die Endzeit hat also begonnen, in der Zeit etwa 30 nach Christus, als der Herr Jesus ans Kreuzer Volk erlangte. Sein Leben für uns hingegeben hat, aber auch Siegheit von dem Tod aufgestanden ist. 40 Tage nach der Autostürung ist er zum Himmel aufgefahren, zu seinem Vater. Und zehn Tage später war Pfingsten, da hat er den Heiligen Geist gesandt. Und da wurde eine Gemeinde gegründet. Und diese Zeit der Gemeinde hat begonnen, wo das Evangelium ausgebreitet wurde über die ganze Erde, und der Bruder hatte nicht mehr zum Unrecht. Die Engzeit in engeren Sinne, und der Bruder hatte nicht mehr zum Unrecht, die Engzeit im engeren Sinne, die begann natürlich mit der Heiligen Geist der Israel. 1848, als der Staat Israel wieder ausgerufen wurde oder entstanden ist, nachdem die Juden fast 2000 Jahre über die ganze Erde zerstört waren. Es ist ein Wunder Gottes. Und auch ein Beweis, dass Gott existiert. Dass sein Wort wahr ist. Und sich alles erfüllt, was geschrieben steht. Denn bei den Prophenen schon im Alten Testament wurde geschreven von der Zerstreuung und das am Ende der Tage Israel wieder entsteht, dass sie nun zusammengeführt werden in ihrem Land. Und ich will einen kurzen Blick durch die Zeit der Gemeinde, durch die Kirchgeschichte machen. 30 nach Christus also begann die Engzeit mit dem Kommen Jesu. 30 лет, после Rождения Jesus Christa, началось в последнее время mit dem Christen Christa. Spätestens 90 nach Christus ist offenbar an Johannes entstanden. Und ich konnte es nahe, dass ich die Offenbarung auslegen in sieben Büchern und Kommentaren. Ich durfte auch einmal auf der Insel Patmos sein und diese Insel besuchen, wo das alles geschehen ist. Es ist sehr beeindruckend. Und auf dieser Insel, wo der Apostel Johannes in hohem Alter verband war, und auf dieser Insel, wo der Apostel Johannes in hohem Alter verband war, in Exil war, da hat er diese Offenbarung des Herrn Jesus Christus empfangen. Und in der Offenbarung an Johannes wird unser Einblick gegeben in die ganzen Geschehnisse der Welt- und Heilige Geschichte. In der Offenbarung wird auch herausgezeigt, dass auch verschiedene falsche Lehren auftreten werden. Das war schon zur Zeit der Apostel so. Und es hat sich bis heute immer weiter gesteigert. in der Offenbarung geschehen wird. In seiner Einzeitenrede in Matthäus 24 Wankt uns Herr Jesus noch falschen Christussen und falschen Propheten. Er erwähnt auch Kriege, Katastrophen, Unerstöte und Zeugen, auch Christenverfolgung, aber auch, dass die Weltmissionen bis zu ihrem Zehn gelangt. Dass Menschen aus allen Nationen gerettet werden, nicht alle Menschen, aber auch Menschen aus allen Nationen. Und diese falschen Profilen, falschen Lehren, die herausgesagt wurden, sie haben sich gesteigert in der Geschichte. Schon im 2. und 3. Jahrhundert entstand die sogenannte frühkatholische Kirche. Im 4. und 5. Jahrhundert hat Augustin dieses System weiter ausgebildet. Da wird der Papst verehrt. Da wird Maria und andere sogenannte Heilige auch verehrt in der Anbetung. Da ist Jesus nur noch ein Heilige, neben anderen Gestalten. In diesem Übrigen ist Jesus nur noch ein von den Verschuldigen zu Gott, vor vielen anderen Heiligen. Und es gab immer mehr heidisches, was ist jetzt katholische Kirche einwand, aus dem Heiligen rum. Und es gab immer mehr heidisches, was ist jetzt katholische Kirche einwand, aus dem Heiligen rum. Genauso auch die der autologischen Kirche, die sich ja gespalten haben im 11. Jahrhundert, im 10. Jahrhundert. Und dann im 7. Jahrhundert stand eine Religion, die bis heute sehr einflussreich ist. Und die ganz klar antichristliche Züge trägt. Das ist der Islam. Der Islam ist heute als zweitgrößte Religion auf der Erde nach dem Christentum. Der Islam ist heute als zweitgrößte Religion auf der Erde nach dem Christentum. Und viele Millionen Menschen sind von dieser Lehre beeinflusst worden. Und viele Millionen Menschen sind von dieser Lehre beeinflusst worden. Der ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Vers 22. Dann kam im Mittelalter noch ein größer Abfall von Glauben, indem immer mehr katholische Sonderlehren ausgebildet wurden. Und dann kam, ich mache jetzt einen großen Sprung, die Französische Revolution. Die begann 1789 in Paris. Und damals wurde der Atheismus zum ersten Mal öffentlich in der Neuzeit propagiert. Und aus dem Atheismus ging hervor auch die Kritik am Wort Gottes, die sogenannte Bibelkritik. Der Herr Jesus sagte in Lukas 18, Vers 8, Und jetzt machen wir noch einen großen Sprung. Am 14. Mai 1948 wurde der Staat Israel ausgewählt. Und wir kommen immer noch nicht mehr in den Zeitpunkt. Und wir kommen immer noch zur Zeitpunkt. Das Staat Psalm ist eine Abfüllung von dem, was Jesus in Matthäus 24. Das ist das, was Jesus gesagt hat, in Matthäus 24, Vers 32-34. Das ist das, was Jesus gesagt hat, in Matthäus 24, Vers 32. Das kann keine Generation sein, denn die Zeit dieser 48 schon mehr länger als eine Generation. Der Grif Genial, der steht für Geschlecht. Der kann eben auch heißen, Geschlecht im Sinne eines Volkes, zum Beispiel. Und ich verstehe es so, was damit das Volk der Juden gemeint ist. Viele haben versucht, die Juden auszuordnen. Aber es ist ihnen nicht gelungen. Das Geschlecht der Juden wird nicht vergeben. Das alles Geschehen ist, was in der Endzeit wurde vorausgesagt. Und am 7. Juni 1967, erfüllte sich eine weitere wichtige biblische Voraussage, die Lukas Evangelium, Kapitel 21, Versen 20-24. Luki 21, 20-24 Stich. Nämlich die Wiedererbohrung Jerusalems. Und zwar durch das Volk Israel. Luki 21, Versen 20-24 Stich. Luki 21, Versen 20-24 Stich. Juhusallim wird von den Nationen und die Nationen sein, bis die Zeit der Nationen wird. Das heißt, Jerusalem war besetzt von jüdischen Nationen bis zu dieser Zeitung. Aber im sogenannten sechs Tage Krieg, hat Israel in einem wunderbaren Sieg die Jerusalemer Altstadt zu erholen. Und man kann davon ausgehen, dass die Zeiten der Nationen jetzt erfüllen sind. Was heißt das, Zeiten der Nationen? Ich verstehe es so, dass er Segen wieder zunehmend ab Israel zurückkehrt. Aber von den nicht jüdischen Nationen zunehmend weggenommen wird. So sehen wir, wie weltweit die Gottlosigkeit zunehmend. Und gerade unter 1967-68 haben wir vieles geschehen. Der Mensch der Sünde, der Mensch der Gesetzlosigkeit hat sich immer mehr angekündigt. Es gab zum Beispiel in den westlichen Nationen eine sogenannte Studentenrevolution. Und sie haben gesagt, sie erkennen keine Umweltkeit und auch keinen Gott. Sie wollen ihre sexuelle Liebe frei ausleben. Sie wollen rebellische Musik machen. Sie wollen ihre Eltern nicht geräuschen. Und sie wollen gerne über sich selber angeschrieben. Das ist selbstverständlich. Und dieser Geist der Gesetzlosigkeit, der ist heute durchgedrungen bis in den obersten Regierungen bei uns in den westlichen Staaten, wo wir herkommen. Wir haben in der Europäischen Union nicht mehr das Kreuz vor dem Parlamentsgebäude steht in Straßburg. Sondern davor stehen zwei Figuren, die nicht zu erkennen sind, was für Geschlecht sie haben. Aber da stehen zwei Figuren, sie sind bespolige. Sie sind also geschlechtslos. Und das ist die neue Ideologie des neuen Europa der Europäischen Union. Die Ideologie des sogenannten Gendarismus. Das heißt, der Mensch wird nicht mehr als Mann oder Frau geschaffen, so Gott wird gesagt, dass Menschen nicht nur aus Menschen und Menschen, sondern der Mensch bestimmt selber, welches Geschlecht er haben möchte. In der Europäischen Verwassung der EU hat Gott keinen Platz gefunden. Aber die sind Gendarideologie. Und man versucht jetzt auch die Ukraine und andere Staaten des Ostens in die Europäische Union hineinzuholen. Aber damit wird sich die Gottlosigkeit auch im Osten weiter ausbreiten. Ich sehe in der Europäischen Union eine Erfüllung von Propheten Daniel. Ich sehe in der Europäischen Union eine Erfüllung von Propheten Daniel. Kapitel 2 und Kapitel 7. 2 und 7. Es wird nämlich gesagt, dass am Ende das römische Reich genau entsteht. Die Stangbild, diese Stangbild, diese Füße aus Ton und Eis gewischt, das symbolisiert das römische Reich. Aber so mit Ton und Eis nicht zusammenhalten, so wird auch dieses Reich zerbren. Weil es zu einheitlich ist. Gleichzeitig sagt die Bibel heraus, dass trotzdem auch ein weltweites System entsteht wird. Wo sich der Antichrist auf den Thron setzt wird. Auf Baum steht, auf Baum 13 steht. Das ist diese Antichrist, die zeigt alle Menschen auf Erden, dieses Tier aus dem Meer anbeten werden. Dass alle Menschen auf ihres Lebensschluss auf dem Namen des Landes. Alle, deren Namen nicht geschrieben stehen, im Lebensbuch des Namenswesens des Menschen. Alle, deren Namen nicht geschrieben stehen, im Lebensbuch des Namenswesens des Menschen. Diese, deren Namen записаны in die Geschlecht und Geschichte. 1968 ist also dieser Mensch der Gesetzlosigkeit massiv aufgetreten in vielen Staaten. Wer ausführlicher lesen will, kann das im 2. Thessalonicher-Prin, Kapitel 2, auch nachlesen. Wer ausführlicher lesen will, kann das im 2. Thessalonicher-Prin, Kapitel 2, auch nachlesen. Ja, aber es ist die Zeit, das alles hier zu lesen. Ich mache jetzt einen Sprung von 1997, als 1968-1997. Im Jahr 1997 erschien der erste Omal der äußerst erfolgreichen Serie, Harry Potter. Habt ihr davon schon gehört? Was geschieht da in diesen Romanen und Filmen? Das ist eine böse Zauberheit, aber auch eine gute Zauberheit. Aber ich frage euch, gibt es auch eine gute Zauberheit? Nein. In 5. Mose 18, Abvers 9 steht, ihr sollt euch nicht zu den Zauberern, Geisterbeschwörern, Wahrsagern usw. reden. Jede Beschäftigung des Menschen in dieser übersichtlichen Welt ist Gott ein Kräuel. Ab 1. Dezember 2009 wurde in Lissabort-Protokale der sogenannten EU-Reformvertrag unterstellt. Das war ein europäischer закон. Also die Verfassung konnte man jetzt nicht nennen. Das war etwas wie eine europäische Konstitution. Aber die Konstitution das нельзя было nennen. Weil manche Länder es auch abgelehnt hatten. Weil manche Länder es auch abgelehnt hatten. Und damit man sie nicht überfragen musste, hat man einfach andere Vortrag gemacht. Und damit entstand wieder dieses Auferstand im Römischen Reich. Die Europäische Union, aus der in Estadien in 2 und 7 und Offenbarung in 13 und 17, der Antichrist hervorgehend wird. In Deutschland hatten wir einen besonderen Termin auch am 30.06.2017. Ich nenne diesen Tag nur den schwarzen Freitag. Auch in vielen anderen Ländern gab es inzwischen solche schwarzen Tage. An diesem Tag haben wir die Abgeordneten versammelt in Deutschland in den Reichsburg-Tagsgebäude. An diesem Tag wurde in Deutschland in Deutschland geboren. Sie wollten alle schon in den Urlaub fahren und schnell nach Hause fahren. Und dann war es eine Nacht- und Nebel-Aktion. Und dann war es eine, wie soll ich sagen, Nacht- und Nebel-Aktion. Also, dass ein Mann auch ein Mann heiraten darf. Ein Mann eine Frau heiraten darf. Eine Frau eine Frau heiraten darf. Und die weitere Konsequenz ist, weil es ja für alle heißt. Denn es ist ein Brach für alle für alle, für alle für alle. Und dann kann auch die Freunde, also Polygamie kommen, dass sie irgendwann auch ein Mann auch ein Mann hat, ein Mann, kann ein Mann, ein Mann, ein Mann, ein Mann, ein Mann und eine Solomie. Und dass sie vielleicht auch ein Mann, ein Mann, ein Mann oder eine Zwerin. Und dann kann sie auch in Römer 1 sein, dass Gott die Menschen dahin gegeben hat, die solche Schwarzen zu tun. Wir können und dürfen Gottes Wort nicht irgendwie relativieren oder abbildern. Wir sehen, dass wir an der Endzeit weit vorangegangen sind. Wir sehen, dass wir schon sehr tief in der Vergangenheit haben. Ich habe gehört, dass auch bei euch gestern eine große homosexuelle Parade war. Diese Dinge sind schon viel leerer in eurem Land, als sie denken. Wir wollen Menschen helfen, die von diesen Dingen betroffen sind, damit sie zurechtfinden. Mit dieser biblischen Orientierung von Mann und Frau. Aber wir können solches nicht segnen oder gutheißen. Wie es leider inzwischen auch schon in manchen Kirchen geschieht, die sich noch christlich nennen. Aber es kann nicht christlich sein, wenn man vom Wort Gottes abweicht und das Wort Gottes übertritt. Aber es ist nicht so christlich, wenn wir das Wort Gottes abweicht in die Richtung oder nicht поступieren. Aber es ist nicht so christlich, wenn wir das Wort Gottes abweicht und das Wort Gottes abweicht und das Wort Gottes abweicht und das Wort Gottes abweicht. Es sind viele Entwicklungen, die unser Leben erleichtern. Es sind viele Entwicklungen, die unser Leben erleichtern. Aber es sind auch Entwicklungen, die Kontrolle erleichtern über uns. dass der Mensch überall kontrolliert werden kann, vom Staat, oder von Wirtschaftssystemen, und die finanzielle Systeme, die wir uns kontrollieren können. Wovon rede ich, vom Bild des Tieres, vom Bild des Tieres, vom Bild des Tieres, vom Malssai des Tieres, von der Computertechnik, von der Komputertechnik, von der Digitalisierung, von der Digitalisierung, wie gesagt, man kann diese Dinge auch sehr günstig verwenden. Wie gesagt, man kann diese Dinge auch sehr günstig verwenden. Aber die andere Seite ist, dass jetzt alle Daten erfasst werden, но, с другой стороны, вся информация собирается и скапливается. Es soll auch bald das Bargeld abgeschafft werden. Und dass man nur noch elektronisch bezahlen kann, за все закупки, которые мы делаем. Und dann kann alles kontrolliert werden, was du einkaufst, wo du einkaufst. Und der Mensch ist durchsichtig wie ein Glas. Wenn der Antichrist die Weltwirtschaft ergreift, dann alle Daten von denen, die er verfolgen möchte. der Antichrist wird вся информация von Menschen, die er möchte преследовать. In Offenbarung 13 steht das ganz genau alles vorausgesagt. In Offenbarung 13 steht das ganz genau alles vorausgesagt. Wir können auch nicht alles lesen, aber vielleicht noch einige Versen. Da steht von zwei Tieren, das erste ist der Antichrist und das zweite der falsche Prophet. Und das heißt in Offenbarung 13, Vers 12 steht in Offenbarung 13, Vers 12 und die Er schießt vor ihm, mit all der Macht der ersten Zwiebeln, und er schießt auf die Erde und die Menschen auf der ersten Zwiebeln, der sie verletzelt. Ja, dies wird weiter bis zum Ende. Und wir lesen weiter. Und wir lesen weiter. Und wir lesen weiter. Und er sagt, dass sie sich auf der Erde gemacht haben, dass sie sich auf der Erde gemacht haben. Wir wissen nicht genau, was das Bild und das Mal zeigen ist hier, was für die Gesetze. Wir wissen nicht genau, was das Bild, das Bild und das Bild und das Bild. Aber es ist eine starke Herausforderung, dass es dem entspricht, was heute technisch möglich ist. Und wir haben ja heute diese totale Ausfassungsmöglichkeit. Wir haben zum Beispiel den RFID-Chip. Das heißt Radiofrequenzidentifikationssystem, das ist schwierig zu übersetzen. Radiofrequenzidentifikationssystem. Und dieser Chip kann überall in die Lebensmittel, in die Kleidung hineingemacht werden. Es gibt schon Geschäfte in Schweden oder in Amerika, wo keine Verkäufer mehr notwendig sind. Dann geht hinein, sucht sich seine Waren aus und geht dann einfach so durch die Kasse. Es wird alles elektronisch, abgebunkt, automatisch. Es ist gut und praktisch, was denkt ihr? Man spart Arbeitskräfte. Es gibt noch mehr Arbeitslosen. Aber vor allem kann kontrolliert werden, was du genau kaufst, wo deine Impressen sind. Aber in der ersten Zeit, sie können kontrollieren, was du interessierst, was du покупst. Und wenn du irgendwas gekauft hast oder irgendwo auf Internet gesurft hast. Und wenn du etwas gekauft hast oder irgendwo auf Internet gesurft hast, was der Regierung nicht so gefällt, was der Regierung nicht so gefällt, dann haben sie alle Daten über dich gesammelt. Dann haben sie alle Daten über dich gesammelt. Dann haben sie alle Daten über dich gesammelt. Ein Bruder hat sich mal erkundigt über seine Daten, hat sie sich mal geben lassen. Wir können ja nachfragen auch bei Computerfirmen. Daher wurde zu Valkoin. Ja, wir haben es über diese Daten über diese Daten übernehmen. Das ist eine andere sich, was sie auf die Museen verbreitet. Ja, klar. Das braucht sie auf Apple Methoden und die die vergleichensten. Und schreibt drauf, was sie immer können. Und dann first hier die Daten über deine Daten übernehmen. Und da die Daten übernehmen, nach dem Sie das gemacht haben, und 20 000 Stranien... 20 000 Stranien ... 230 Seiten Informationen über EGT, da gesammelt es schon. 20 000 Seiten, bei Google und Amazon gesammelt. Ja, ich sag's doch für die deutschen Zuhörer. Es kann alles moduliert werden, was du einen Computer dir anschaust. Aber auch Handy, Smartphones sind nichts anderes als dein Computer. Ein Freund hat seine Arbeit schnell verloren, weil er auf seinem Facebook-Kanal einen Link gelegt hat zu einer Seite, die seinen Arbeitgeber nicht gepasst hat. Weil er auf Facebook gelegt hat, weil er auf Facebook gelegt hat, weil er auf Facebook gelegt hat. Seid wachsam, es gibt nicht zu viel von euch preis, wenn ihr irgendetwas eingeht auf Smartphones. Wir wollen aber keine Angst haben, sondern dem Herrn vertrauen, der uns auch durch diese, die wir ihn durchbringen wird. Jetzt schlage ich vor, dass wir ein Lied singen, eine kurze Pause machen, weil es sehr viel Information ist. Ich glaube, dass es sehr viel Informationen gibt. Wir machen eine kurze Pause, wir singen eine singe und nach diesem Lied dann weiter. Wir spielen will auf sollen, dann CHARLIA und nach dan zu spätigen dafür machen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 oder besser als heute? Was denkt ihr? Genau so stimmt. Und wie hat Gott darauf geantwortet? Mit einer Wasserflut. Wie wird wohl heute antworten? Mit einer Feuerflut. So steht sie 2. Genosprin. Die Himmel werden zergehen. Und die Elemente werden verhitzt, zerschmelzt. Wir haben gelesen in Matthäus 24, wie die Menschen damals lebten. Wie die Menschen in das Zeitpunkt leben. Sie essen, sie tranken. Sie essen, sie tranken. Sie heirateten und ließen sich heiraten. Sie leben, sie leben, sie leben, sie leben. Das ist ein Gräf? Nein. Aber was fehlt ihr? Was haben sie nicht gemacht? Sie haben nicht Gott die Ehre gegeben. Sie haben nur an das Irrtische getan. Sie haben nur an das Irrtische getan. An Essen, Trinken. Und irrtische Liebe. Und wir wissen ja, dass es auch große Sünden gab zur Zeit im Norden. In 1. Verse 6 steht eine geheimnisvolle Stelle. Es steht direkt vor der Sinklut. Es steht direkt vor der Sinklut. Es steht, dass die Gottessöhne sich mit den Menschenstöchtern verbunden haben. Es steht, dass die Gottessöhne sich mit den Menschenstöchtern verbunden haben. Es ist auch ein Kind. Es ist ein Kind. Es sind die Söhne der Propheten oder der Patriarchen gewesen. Aber ich denke eher, es war ein Kind. von gefallenen Engel, Dämonen, die sich mit Männern verbunden haben, und mit Frauen Kinder gezeugt haben, und daraus sind diese Riesen von der Tyrannen der Vorzeit entstanden, und diese Sünde der Verwischung zwischen der gefallenen Engelwelt und der Menschenwelt, die war so schlimm, dass Gott nicht mehr den Verzuschauen konnte, er hat sein Gericht, die 7 Minuten über die Erde geschickt, und jetzt frag ich euch, was ist jetzt die neue Sünde, die im 21. Jahrhundert noch dazu kommt, zu dem, was ich schon aufgezählt habe. Nun, Okkultismus gab es schon immer. Dass Menschen sich mit Finstern weggenlangelassen haben, dass Menschen sich mit Finstern weggenlangelassen haben. Aber heute versucht man, Vermischungen zu züchten aus Menschen und Tieren. heute versuchen sie, die Genen und Dämonen zu verabschieden, also den Vorwalt der Wissenschaftlichkeit und Medizin, unter dem, was sie für Wissenschaftliche und Medizin machen, zum Beispiel versucht man, Organe zu züchten und Tieren, die man dann in Menschen einpflanzen kann. Es kann ein Stück weit noch verständlich sein, aber sie werden auch schon genetisch mit Wesen gezüchtet, um ein Versuch aus Tier und Menschen Embryonen zu erzeugen. Und der Mensch versucht selber, Gott zu spielen. Ich frage mich, liebe Zuhörer. Wie lange hat unser Gott noch geduldet mit dieser Menschheit? Ich muss euch sagen, ich hätte diese Bildung nicht. Aber es heißt ja, dass Gott gnädig und warmherzig ist. Und manchmal lange zuschaut. Und er schickt auch klarer Zeit, damit viele gerettet werden. Und er schickt auch auf klaren Zeit, damit viele gerettet werden. Und er schickt uns heute Zeit, dass wir viele noch mehr спасen. Deshalb ist das Gericht noch nicht gekommen über diese Erde. Aber es wird kommen. Es ist in der Bibel ausführlich beschrieben. Es ist in der Bibel ausführlich beschrieben. Es ist in der Bibel ausführlich beschrieben. Es ist in der Offenbarung an der Hand. Das sind die Gerichte, die Siegelgerichte. Die Gerichte, die Siegel. Die Posäulngerichte. Das ist die Siegelgerichte. Die Posaulngerichte. Und auch die Gerichte mit dem Dollar, die nicht enthüllt werden. Und auch die Siegelgerichte mit dem Dollar, die nicht enthüllt werden. und schließt auch die sieben Zornschalen und in 1.9.15, Vers 51 und 52 steht, dass die Entrückung Zeit wird zur Zeit der letzten Versaune, dass die Einzige Zeitangabe, die wir in der Liebe finden, über die Entrückung. Nun, wichtig ist, dass wir alle Zeiten bereit sind über die Entrückung. Es ist sehr wichtig, dass wir alle Zeiten bereit sind. Auch heute wird diese Zeitangabe. Denn wir wissen ja nicht, wann diese 70-Jahre nach Daniel 9 begonnen hat. Wir wissen ja nicht, wann diese 70-Jahre nach Daniel 9 begonnen hat. Ich selber glaube schon, dass wir auch noch ein Stück weit Verfolgung erleben müssen. Wir wissen ja auch viele Geschwister heute in meiner Orphorie an anderen Ländern. Ich persönlich denke, dass wir noch ein Stück der letzten Skorbe haben müssen. Aber dass der Herr uns herausredet, wenn die Angst an die Mutter größt ist. Der Herr Jesus sagt in Matthäus 24, dass dann, wenn die große Angst an die Tage verkürzt wird. Der Herr uns liest in Vers 21 und 22, Matthäus 24, 21 und 22. 1. 4. 5. 10. 9. 10. So gnädig ist Gott, dass er die Zeit der Angst hat, die uns verkürzt wird. Jetzt möchte ich eingehen auf etwas, was mir besonders am ganzen Tag abschließt. Man könnte noch vieles sagen über das Thema Einzeit. Ich habe auch schon sehr oft über dieses Thema gesprochen. Wir veranstalten in Deutschland inzwischen pro Jahr fünf Endzeit-Konferenzen. An drei verschiedenen Orten in verschiedenen Gegenden Deutschlands. Und es fängt auch eine Endzeit-Konferenz in der Schweiz an nächstes Jahr. Vielleicht könnte man solche Konferenz auch in der Ukraine veranstalten. Da reden verschiedene Redner über diese ganzen Fragen mit der Endzeit-Zusammenhänge. Wenn ich mich frage, was am wichtigsten ist, wenn ich mich frage, was am wichtigsten ist, natürlich bereit sein, den ganzen Begegneten. Ich möchte etwas immer beher alan sein. Aber auch um die Verführung zu gestalten. Besonders auf die Gemeinde zu leben. Und über das Recht, was in meiner letzten Zeit gibt. Und wenn ihr sonst fragt habt, dürftet ihr euch gerne schon ausschreiben, wir werden nachher noch eine Frage und wir machen. Also die Verfügung der Gemeinde in der Einzelnen. Liebe Brüder und Schwestern, der Teufel gibt auch eine doppelte Strategie, um die Gemeinde Jesu in der Bekämpfung, da gebraucht einerseits massiven äußeren Druck, die sie zur Verfolgung und wo das nichts hilft, greift dann zur Falle der Unterwanderung und Verführung. Ich frage euch, was ist gefährlich für die Gemeinde, die Verfolgung oder Verführung? Warum? Weil die Verfolgung, die kann aus unserem äußeren Leib gehen, aber die Verführung, die raubt uns das ewige Leben im Himmel. Aber das Verfolgung, das ist ein Geheimnis, das ist ein Geheimnis, das ist ein Geheimnis. Deshalb sagt der Herr Jesus als erster, auch noch in Matthäus 24. Also Jesus in der ersten Zeit, in der ersten Zeit, in Matthäus 24. Lass euch nicht verführen. Die Verfolgungen sind riesig heute Morgen. Das fängt schon im Kindergarten an. Wenn die Kinder mit okkulten Dingen konfrontiert werden. Mit Hexen, Zauberern und Monstern. Und es geht ja weiter in der Kinderliteratur, in den Computerspielen. Das Okkulte und Böse wird ganz als normal hingestellt. Und dieser Effekt, sich daran zu gewöhnen, das ist sehr schlecht für das Gewissen des Menschen. Und wenn man sich daran zu gewöhnen, dann wird es sehr schlecht für das Gewissen. Weil der Mensch sich sehr schnell an das Böse gewöhnt. Man kann sehr schnell zu gewöhnen. Oft kommt durch die Jugend in den Gemeinden eine Verführung. Aber nicht nur durch die Jugend. Manchmal wird die Jugend zu Unrecht schuldig oder schlecht hingestellt. Es gibt auch die Jugendlichen, die einen klaren Bibliothek haben. Es gibt auch die Jugendlichen, die einen klaren Bibliothek haben. Es gibt auch die Jugendlichen, die ein klaren Bibliothek haben. Aber oft ist es so, dass, wie gesagt wird von jungen, ihr seid, ihr dürft nicht so engstärkig sein. Wir müssen diese modernen Methoden einsetzen. Wir müssen die Musik der Welt in die Gemeinde holen. Wir müssen die Musik der Welt in die Gemeinde holen. Wir müssen mit Tanz und Schlagzeugen. Und Rock und Popmusik. Es muss alles unterhaltsam sein, wie im Fernsehen. Und dann wird man Menschen für Jesus gewählt. In Deutschland gibt es sogar schon eine sogenannte Bibel. Die ist in der Jugendsprache verfasst. Das ist in der Jugendsprache. Es ist in der Jugendsprache. Es ist in der Kirchen, die eine reine und eine sauberer Sprache kennenlernen, ohne Schnutzige. Aber hier ist man in die Grundlich-Fürde gegangen, und dort haben die Sprache, die dort in diesen Verkommenden-Fürden gesprochen wird, in die Bibel übertragen. Ich nehme diese Begriffe nicht in den Mund. Aber von dieser Gottesbester, die in der falschen Bibel ist, die nennt sich Volksbibel mit nichts. Das nennt sich die »Narodliche Bibliothek«, aber sie ist etwas anders. Es wurden von den Evangelischen Verlagern hunderttausende verbreitet. Ich sage Menschen, wenn in einer Gemeinde aus dieser von falschen Bibel lesen wird, und die Eltern sich dagegen einschreiben, dann ist es ein Zeichen, dass diese Gemeinde abgefallen ist. Und man sollte dann solche Gemeinden überlassen. In vielen Gemeinden in Deutschland, ich kann jetzt eben noch von der Deutsch-Situation sprechen, und ich kann auch über die Bibel sprechen. Es ist auch die Bibel wirklich ein Gegriff gebrochen. Es heißt ja, dass am Ende viele abfallen werden vom Glauben. Ich habe einen Adresspunkt noch aus den 80er Jahren. Manche dieser Telefonnummern von Leuten und die Leute sind gestorben. Aber mit anderen habe ich keinen Kontakt mehr. Die standen früher gut, aber plötzlich haben sich der Bibelkritik geöffnet. Und dadurch muss ich den Kontakt abbrechen. Leider ist auch in manchen Seminaren dieser Geist der Kritik am Wort Gottes eingefallen. Und in vielen Seminaren, in vielen Seminaren oder in biblischen Seminaren, sogar in den Kölnchen, der Geist der Bibelkritik, war schon открыt für alle. Aber es gilt nicht, dass wir die Bibel kritisieren dürfen, sondern sie soll uns kritisieren. In anderen Gemeinden ist ein sogenanntes, wie soll ich nennen, Wohlfühlt-Evangelium ein girommen. Ja. Show und Erfolg und Sensationen. Und wenn man sich fragt, ist unsere Gemeinde doch eine Ordnung, schnell ich hole eine Frage. Du musst nicht mehr dich hören, worüber gepredigt wird, sondern auch worüber nicht gepredigt wird. Es gibt Gemeinde, da wird nichts mehr vom Kreuz Jesu gepredigt. Da wird nichts vom Gericht Gottes gesagt. Da wird nichts von Muze gesagt. Oder vom Ernst, Jesus nachzufolgen. Und ich frage mich, was da überhaupt noch gepredigt wird. Und es hört sich dann doch etwas so an. Gott hat dich lieb. Alles was du machst, drückt dir die Augen zu. Er vergibt dir alles. Und du kannst alles machen, was die Welt macht. Und du kannst alles machen, was die Welt macht. Ich weiß nicht, habt ihr in der Ukraine auch von solchen Gepredigten gehört? Ich weiß nicht, habt ihr in der Ukraine auch von solchen Gepredigten gehört? Gott sei Dank nicht bei euch jetzt. Ich habe es ein bisschen zugespitzt jetzt gesagt. Aber achtet darauf, was in vielen Gemeinden eben nicht gepredigt wird. Aber wir sollten nur in die Gemeinden gehen, wo die ganze Bibel, das ganze Evangelium gepredigt wird. Ähnlich ist auch, im Westen gibt es das Verhalten. Und es gibt auch noch einen hohen Stand der Evangelium. Schwierig zu übersetzen. Da wird gesagt, wenn du kein Mercedes Benz fährst, dann bist du kein Regierer Christ. Gibt es ja auch in der Ukraine eine Mercedes-Fahrer? Also nichts gegen die Mercedes-Fahrer? Aber ich glaube, es gibt ja in der Ukraine weniger Mercedes-Fahrer als bei uns in Deutschland. Und ich selber bin auch lagenschaftlicher Radfahrer. Ich fühle mich hier sehr wohl, weil ich so viele Radfahrer hier sehe. Und ich frage euch mal ganz direkt. Seid ihr keine echten Christen, weil ihr kein Mercedes-Fahrer? Nein. Nein. Daher Jesus sagt, wen ihr euch reichet? Ihr habt euern Lohn darin. Wie kann man dann sagen, ein Christ muss reich sein, muss viel Geld haben? Das ist eine völlig vergliche Lehre. Natürlich kann man, wenn man fleißig ist, auch zu manchem Wahlstand kommen. Aber wer es gut hat, der soll mit anderen Teilen entsagten. Aber wer es gut hat, der soll mit anderen Teilen entsagten. Dann finden wir das Problem der Örgubbenen. Das wäre ein ganz großes Thema. Aber wer ist wiedergeboren, wer ist der Heiligen Schrift? Nur wer den biblischen Herrn Jesus Christus in sein Herz aufgenommen hat. Es gibt nun ganz verschiedene Kirchen. Und es gibt Religionen. Etwa Islam, Buddhismus, Hinduismus. Kann man sagen, das ist alles Kinder Gottes, mit denen wir alle Gemeinschaft haben, zusammen beten. Aber wir können mit ihnen ein Gespräch, mit ihnen ein Gespräch. Nein. Nein, danke. Also nicht. Pass auf. Nein, das können wir nicht. Aber der Papst Franziskus ist ein Jesuit. Und die Jesuiten wollen alle in den Schoß der Mutter der römisch-katholischen Kirche holen. Er hat ein Video veröffentlicht im Internet. Da spricht ein Muddhist. Da spricht ein Muddhist. Und sagt, ja, ich bin ein Kind Gottes. Er sagt, ich bin ein Kind Gottes. Ein Muslim, genauso, ich bin auch ein Kind Gottes. Und da kommt noch ein Christ, Katholiker in dem Fall, er pete zu Maria und auch ein Kind Gottes. Ist das Bibelisch? Nein. Nein. In Johannes 14, Vers 6 sagt der Jesus, und ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und in Apostelgeschichte steht, es ist in keinem anderen der Seite. Und im ersten Gebot steht, Gott spricht, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Wie können führende Vertreter von Kirchen dieses leugnen? Deshalb, weil sie die Bibel nicht beernst nehmen. Weil sie Bibelkritik betreiben. Und genau das ist in der Bibel herausgesagt. Für die Endzeit, bevor Jesus wiederkommt. Dann werden viele abfallen und laufen. Und sie werden verführerischen Geistern, Dämonen anhängen. Und es werden viele falsche Christusse und falsche Propheiken auch verbringen. Und sie werden viele verführen. Und jetzt ist es so, dass man den großen Leitungsträgen in vielen Gemeinden und auch mit katholikern und orthodoxen. Und angeblich beten alle, die gleiche Geistern sind. Und es gibt natürlich nur einen Gott, das ist richtig. Aber er will allein verirrt werden. Und er will allein verirrt werden. Und wir können auch nicht die Gemeinschaft haben, wo falsche und biblische Lehren vertreten werden. Und wir können auch nicht die Gemeinschaft haben, wo falsche und biblische Lehren vertreten werden. Einheit muss verbunden sein mit Wahrheit. Mit der einzigen Wahrheit, den biblischen Herrn Jesus Christus. Ökumene – ein großes Thema. Ökumene – ein großes Thema. Die Reformatoren haben das sehr gut formuliert. Und da kann man ganz einfach die Geister unterscheiden. Und da kann man ganz einfach die Geister unterscheiden. Was haben sie gesagt? Sie haben gesagt, allein die Heilige Schrift. Sie haben gesagt, allein die Heilige Schrift. Und allein Gott die Ehre. Und heute in der Ökumene wird gesagt, die Bibel und. Also die Bibel und die katholische Tradition. Die Bibel und die orthodoxe Tradition. Die Bibel und irgendwelche Schriften der Religionsgründer oder Sektengründer. Oder es wird gesagt, nicht Jesus allein, sondern Jesus und. Jesus und Maria. Jesus und die Heilige. Und auch nicht nur Glaube allein, sondern Glaube und eigene Leistungen. Wir sollen gute Werke tun als Christen. Aber die guten Werke sind die Fugel des Geistes Gottes. Ja. Und noch ein Punkt. Viele, die sich Christen nennen. Töge, die sich Christen nennen. Passen sich heute an die Welt an. Ich habe schon gesagt, man holen weltliche Methoden. Ich habe schon gesagt, man holen weltliche Methoden. Man passt sich dabei an der Gottlosen Welt an. Wir bedenken. Wir bedenken uns mit den Fragen der Moral oder Ethik. In der Mode, die man trägt. In der Musik. Und in vielen anderen Dingen. Ich sage dazu nur eine Seite. Ich sage dazu nur eine Seite. Wer die Welt in die Gemeinde holt, macht die Gemeinde zur Welt. Die Gemeinde sollte sich unterscheiden von der Welt. auf was das äußerliche und dynamische Leben ergeben. Ich muss langsam zu Ende kommen, ich möchte abfließen einige Punkte, wie wir durch die Endzeit durchkommen und wie wir bereit sind für das Kommen unseres Herrn Jesus, wer wird überwinden, wer wirklich ganz zu Jesus gehört, wer in seinem Leben gegeben hat, wer an ihn glaubt, wer zu ihm betet, wer in Treue sein Wort liest, wer in der Bibel nicht kennt, dann werden wir den falschen Lehrern nicht widerstehen. Überwinden wird nur, wer die Gemeinschaft der Geschwister besucht. In der Bibel steht, verlasst eure Versammlung in dich, wie wir abnehmen. Wichtig ist auch, dass wir überwinden, indem wir uns immer wieder reinigen lassen von unseren Zürich. zu haben, dass wir überwinden, dass wir überwinden, dass wir die Nivea gelungen haben, durch die Räume des Herrn Jesus Christus, durch die Wirkstilie Gottes, durch die Räume des Herrn Jesus Christus, wir leben aus der glade Gottes, wir leben aus der glade Gottes, aber wir dürfen sie nicht beisprachen zu dem sündigen. In Galater 6 heißt es, Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch zählt, das wird erhört. Dazu gehört auch, dass wir die Werke der Finsternis in Gemeinden aufdecken, dass wir die Verstände, die Sünde offen ansprechen, wenn wir darüber reden, dass 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 es die falsche Lehre und das falsche Leben um sie zu einem Leben ist. Wir wollen weder Spaltungen fördern, das ist Sünde, das ist Bezug von Spaltungen, aber genauso wie eine falsche Ökumenie. Wie gesagt, Einheit, aber Einheit nur in der Wahrheit. Auch sollten wir selber Korrektur annehmen von Geschwistern, die uns kritisieren, dass wir bereit sind, diese Leben um das anzunehmen. Wir können nur überwinden, wenn wir uns trennen von allen Strömungen, von allen Strömungen, Praktiken und Methoden, die gegen das Wort Gottes stehlen. Wir sollten auch konzipierende Gemeinden zu üben, also Disziplin der Gemeinde. Wer offensiv, unbiblisch lebt, und unbiblische Lehre vertrecht, und nicht biblische Lehre vertrecht, und nicht biblische Lehre vertrecht, und nicht biblische Lehre vertrecht, muss gemäß Matthäus 18 ermahnt werden, muss gemäß Matthäus 18 ermahnt werden, und wenn diese Ermahnung nichts bringt, ausgeschlossen werden. Wenn das Entschuldigung nicht hilft, dann müssen wir es ausgeschlossen. Das dient dazu, dass der betreffende Mensch umkehrt, nachdem er umkehrt. Das ermahnt, dass dieser Mensch umkehrt. Dann der Misioner-Saufrag. Dann der Misioner-Saufrag. Es gibt auch positive Zeichen der Zeit. Es gibt auch positive Zeichen der Zeit. Es gibt auch positive Zeichen der Zeit. Es gibt auch die Wiederentstehung Israels und die Weltwesen. Es wird Menschen aus allen Völkern das Evangelium von Jesus Christus verkündigt werden. Und dann wird das Ende kommen. Und dann wird das Ende kommen. Mission und auch Nächsterliebe. Dass wir hingehen zu den verlorenchen, und auch zu den Notleiten. Dass wir ihnen praktisch helfen. durch Gaben, durch Jahrhinterleistungen, auch zwischen der praktischen Arbeit. Wir versuchen ihnen Arbeit zu vermitteln. Und ihnen auch seelsäuberlich beispiele. Wir haben jetzt Linus gehört. Wir haben eine ganze Woche über das Thema gesprochen. Ich habe schon eine ganze Woche über das Thema gesprochen. Insgesamt zwölf Predigten. Ich konnte jetzt nur ein paar Dinge bringen. Ich habe jetzt nur noch einige Dinge mitgebracht. Ich habe jetzt nur noch einige Dinge mitgebracht. Ich habe jetzt nur noch einige Sachen mitgebracht. Es gibt auch noch einige Bücher. Ich habe jetzt auch noch einige Bücher geschrieben. Wer mehr wissen möchte, kann auch auf meiner U-Page stehen. Ich habe hier Visitenkarten, die ich gerne gehe, an denen sie interessiert sind. Sprecht uns gerne an. Wir sind für euch da. Wir fliegen erst am Donnerstag weg. Und ich hoffe, wir sehen uns noch. Ich hoffe, wir sehen uns noch. Diese Woche bei uns. Der Herr seht euch weiterhin. Und der Herr seht euch weiterhin. Und der Herr seht euch weiterhin. Amen. Amen. Ja, wir können uns erheben. Ich stehe dich noch mal. Tschüss.